Was dem Winter seine Schnee- und Kältemöhre ist, ihr kennt sie alle, das ist scheinbar diesem Sommer seine Regenmöhre. Denn es geht schon wieder los, die Dürre verstärkt sich nächste Woche. Sämtlicher Regen ist weitgehend rausgerechnet worden, bis auf einige Regenschauer und die Temperaturen. Nächste Woche gibt es den nächsten Hitzepiek. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Das Hoch-Oscar ist mittlerweile wirklich omnipräsent. Es reicht hier von den britischen Inseln über Mitteleuropa bis nach Russland. Es hat es sich quasi überall gemütlich gemacht. Ja, und die Hitze, die gibt es noch frei Haus. Obendrauf hier von Spanien und Portugal, dieses Hitzetief, das schiebt die sehr warmen Luftmassen in der Höhe bis zu uns nach Deutschland. Heute insgesamt weiterhin ein hochsommerlicher Tag mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen hier im Norden 29 bis 33 Grad. Ähnlich hohe Werte auch hier im süddeutschen Raum. An den Alpen um die 26 Grad und den ganzen Tag über gibt es richtig viel Sonnenschein. Wer Abkühlung sucht, der findet die zumindest in der kommenden Nacht zum Freitag. Die Temperaturen gehen auf 18 bis 12 Grad zurück. Da kann man also wieder ordentlich durchlüften. Eine tropische Nacht ist erstmal nicht zu erwarten. Der Blick auf den Freitagmorgen, es geht hochsommerlich warm und trocken weiter. Die Temperaturen steigen auf 25 Grad am Alpenrand, ansonsten bis zu 34 Grad hier am Oberrhein, teilweise auch Richtung Nordwesten. Es wird also überall wieder ein sehr warmer bis heißer Tag werden. Ideal zum Baden und zum Schwimmen. Aber die Natur und die Landwirtschaft muss leider weiter ausharren. Es ist kein Regen in Sicht und es bleibt dabei auch am Samstag und Sonntag große Trockenheit in vielen Landesteilen. Die Temperaturspanne reicht am Samstag von 26 bis 33 Grad und am Sonntag von 27 Grad an der Nordseeküste bis 35 Grad am Oberrhein. Und auch der Montag bringt weiterhin viel Hitze bis zu 33 Grad am Oberrhein. Dann kann es aber hier im Westen auch mal mitunter einzelne Schauer und Gewitter geben. Der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Aber auch den nehmen wir natürlich gerne mal mit, auch wenn es nicht viel ist. Und genauso geht es auch weiter. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der nächsten Woche neue Hitze. Ein neuer Hitzepiek steht an. Am Dienstag bis zu 34 Grad. Am Mittwoch bis zu 37 Grad im Westen und Südwesten. Und der Donnerstag bringt uns dann bis zu 36 Grad hier im Westen, in der Mitte und im Süden des Landes. Etwas angehender bleibt es im Norden bei 27 bis 32 Grad. Aber es gibt vermehrt einzelne Schauer und Gewitter. Immerhin, es ist nicht mehr ganz so stabil wie zuvor. Hier und da schauert es ein bisschen. Es gibt mal ein kurzes Gewitter und da kommt ab und zu auch ein bisschen Regen zusammen. Aber die großen Regensummen werden das nicht werden. Das hier sind mal die Regensummen und zwar bis nächste Woche Donnerstag nach dem amerikanischen Wettermodell. Bis zum 18. August alles zusammen addiert. Und wir sehen hier im Osten, da fällt teilweise fast nichts. So ein bis zwei oder drei Liter Regen pro Quadratmeter. Ein bisschen nasser im Norden und auch hier im Westen, wobei das mal wieder so ein nasser Ausreißer sein könnte. Das habe ich so oft erlebt. Ihr kennt es wahrscheinlich in den vergangenen Tagen, der Hauptlauf rechnet immer wieder irgendwo viel Regen. Und dann wird das Ganze nach hinten immer weiter weggeschoben. Die bekannte, die berühmte Verschieber Ritis gibt es ja auch gerne im Winter mit dem Schnee. Kommt ja eigentlich auch nie zustande. Und das könnte auch nächste Woche hier der Fall wieder sein. Wir gucken gleich mal rein in die Ensemble-Prognosen. Ob das sehr seriös ist mit dem vielen Regen hier im Westen, das werden wir uns gleich mal etwas genauer anschauen. Gucken wir erstmal auf die Norddeutschland-Ensemble-Prognose bis zum 25. August. Da bleibt es trocken bis zum 16. und 17. August. Und auch hier kaum nennenswerte Niederschlagsignale mit dabei. Dafür aber hier sehr lang gezogener Wärmepiek in 1500 Metern Höhe. Temperaturen über Tage hinweg um 15 Grad in dieser Höhe. Und das heißt unten am Erdboden bis zu 30 Grad und auch ein bisschen mehr. Das ist übrigens die Ensemble-Prognose vom europäischen Wettermodell. Wir blicken nach Westdeutschland. Auch hier sehen wir eigentlich nicht viel Regen ab dem 15. und 16. August. Da ist der Hauptlauf, die schwarze Linie, ganz oben mit dabei. Es ist also ein Ausreißer. Und das Mittel bleibt deutlich tiefer. Und so geht es auch weiter bis zum 25. August. Und das Mittel bei den Temperaturen in 1500 Metern Höhe steigt von 15 Grad auf 20 Grad an. Das heißt unten am Erdboden 35, 36, 37 Grad sind da möglich. Und auch danach bleiben wir meist um die 15 Grad im Mittel. Und der Hauptlauf will schon wieder hoch hinaus. So ein richtiger Temperaturrückgang ist da einfach bis zum 25. August nicht erkennbar. Die große Abkühlung, die bleibt aus. Und eben auch der große Landregen, der ergiebige. Ähnlich das Ganze im Osten Deutschlands bis zum 25. August. Die Temperaturen steigen an in 1500 Metern Höhe bis zu knapp unter 20 Grad. Und dann bleiben wir auf dem Niveau 16, 17, 18 Grad in 1500 Metern Höhe. Und auch im Osten gilt weiterhin erstmal ganz geringe Niederschlagssignale. Ähnlich das Ganze im Süden. Nur hier fallen die Regensignale ein bisschen kräftiger aus. Aber das Ganze ist auch hier mit einem Fragezeichen versehen. Und besonders im Süden, da will der Hauptlauf hoch hinaus bis 25 Grad, so um den 18, 19. August herum nochmal ein Hitzepeak mit Temperaturen unten am Erdboden, nahe der 40 Grad Marke. Es hört irgendwie einfach nicht auf in diesem Sommer 2022. Der Sommer ist weiterhin auf bestem Weg, der wärmste Sommer zu werden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Platz 3, Platz 4. Es geht zwar nach oben noch ein bisschen, aber Platz 1 wäre 2003. Da kommen wir zum Glück nicht ganz ran. Die Temperaturen aber in den nächsten Tagen, die sehen es hier, die bleiben meist konstant um 30 bis 32 Grad über Tage hinweg. Und das ist natürlich eine längere Hitzewelle in der Landesmitte. Und beim Regen, ja ich kann es nicht ändern, auch hier nur ab und zu ein paar Regensignale. Und wir sehen auch da, das ist nicht wirklich viel, was runterkommt. Wir bräuchten deutlich mehr Niederschlag. Wir schauen mal rein in die Prognose für den August und da sehen wir mittlerweile bei der NOA in ganz Europa große Trockenheit. Auch in diesem dritten meteorologischen Sommermonat von den britischen Inseln angefangen über Frankreich, Deutschland bis weit nach Russland deutlich zu wenig Niederschlag. Auch dieser Monat fällt in fast ganz Europa zu trocken aus. Einzige Ausnahme hier Richtung iberische Halbinsel, da insgesamt ausgeglichene Niederschlagsmengen und auch Richtung teilweise Südfrankreich und Richtung Italien. Wie geht es weiter im September? So ein klein wenig Hoffnung gibt es da, zumindest viel Weiß. Und das heißt ausgeglichene Niederschläge, also weder zu nass, aber eben auch nicht zu trocken. Und noch der Blick in den Oktober hinein und da sehen wir auch zum ersten Mal die Farbe Grün in der Landesmitte und hier im Nordwesten. Und das bedeutet, der Oktober, der könnte nach Norden hin etwas mehr Regen als üblich bringen, aber nach Süden Richtung Alpenrand, da sieht es dann eher zu trocken aus. Wäre auch nicht so schlecht, die Alpen haben schon genug Regen abbekommen, aber der Rest des Landes, der bräuchte unbedingt mal anhaltenden Regen, ergiebigen Regen, der auch mal gut in den Erdboden einziehen kann. Ob der wirklich fällt bis Oktober, das ist eben fraglich. Wir wollen es hoffen, aber sicher ist, irgendwann kommt er wieder, der Regen. Irgendwann ist auch die stabilste Großwetterlage vorbei und es kommt eine neue und die könnte dann viel Regen bringen. Das war es vom Wetter. Tschüss, bis bald.